Heute haben wir das Thema Haushalt und ich liebe es, wenn alles organisiert und ordentlich und sauber ist und deshalb habe ich alles schon gemacht und in diesem Video heute zeige ich euch, was ich alles gemacht habe. Als erstes habe ich die Wäsche in die Waschmaschine getan. Dann habe ich mir erstmal Essen gemacht und muss sich ja auch stärken, bevor man arbeiten kann. Ich kann leider nicht kochen, aber ich habe mir noch eine leckere Avocado dazu geschnitten. Danach habe ich sofort das Geschirr gewaschen. Ich mag es nämlich gar nicht, wenn dreckiges Geschirr herumsteht. Nun musste ich erstmal alles aufräumen, vorher kann man ja auch nicht putzen. Also habe ich erstmal ein bisschen Ordnung geschafft. Danach konnte ich dann den Boden staubsaugen. Und natürlich habe ich auch den Müll rausgebracht. Dabei kommt natürlich der Biomüll in den Biomüll und der Restmüll in den Restmüll. Müllschrennung ist natürlich sehr wichtig. Danach natürlich Pennbewerbchen nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Anschließend habe ich das Badezimmer geputzt. Dann habe ich auch noch das Bett neu bezogen und dann habe ich das Bett gemacht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Pflanzen zu gießen, damit sie nicht sterben. Also habe ich beiden Pflanzen Wasser gegeben. Und ganz wichtig, danach habe ich natürlich meine Wanderschuhe noch poliert, damit sie morgen für die nächste Wanderung bereit stehen. Nun war auch meine Wäsche endlich fertig. Das heißt, ich konnte die Wäsche aufhängen auf den Wäscheständer. Jetzt seid ihr dran. Erzählt mir, was ihr so im Haushalt macht. Danke fürs Zuschauen.